Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Friends, wir geben uns von Plexi, von Plex, ich hab immer Plexi, ich will immer Plexi sagen, von Plex und Jack von Crack quasi, alles down von gespaltene Persönlichkeit. Ich werde euch, kann man, das kann man wahrscheinlich nicht vorbestellen, wird wahrscheinlich einfach nur released, so ja. Packe ich euch trotzdem natürlich die, Link ist nicht so original, hier in die Beschreibung, pusht das Ding nach oben, supportet auf jeden Fall. Gespaltene Persönlichkeit kommt raus am 13.05.2022. Ich bin sehr, sehr gespannt hier drauf und freue mich drauf. Ich finde cool den Schritt, den er jetzt gemacht hat, so wisst ihr, finde ich sehr, sehr cool und ja, keine Ahnung, freut mich sehr. Freut mich sehr, dass er den Schritt jetzt quasi gemacht hat und ich bin ehrlich gespannt, wie das jetzt hier so zusammen funktionieren wird. Wir hören rein, let's go. Die guten Kyle Karni T-Shirts, man. Boah ey, angenehme Stimme auf jeden Fall. Nice, gut abgemischt. Boah ey, gut geflowt auch, man. Herz auf vertrauen setzen ist hier wohl verboten, man. Das war geil geflowt. Boah, auch das ey, das sind halt coole Zeilen so jetzt, wisst ihr. Boah, geil, auch ein schöner, entspannter, so Beat im Hintergrund so ein bisschen. Boah, ist auch schon cool, wenn Jack von Crack jetzt quasi hinter ihm so steht. Keine Ahnung, das, ey, das sieht cool aus, so bietet viele Möglichkeiten, das finde ich nice. Ich mach nur mein Ding und spuck auf Opfer, die mir seelisch einen Stich gaben. Sie sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch beim Willefinden gibt's ein winziges Problem. Alles viel zu hoch und für dich nicht zu verstehen. Denn du weißt nicht, was mein Inneres bewegt. Boah. Bei meinem Schädel alles taum. Doch es war kein Stich, der mich verletzte. Kann nur noch mir selber... Ey, so ein bisschen diese Musikalität, so in diesen Adlips, hört sich so ein bisschen an wie Meiserwappen zu. Ich mach nur mein Ding und spuck auf Opfer, die mir seelisch einen Stich gaben. Kann nur noch mir selber vertrauen. Aber das ist nicht gerade das Beste. In meinem Schädel alles taum. Boah, Kate, ey, das ist schon cool, ey. Wie weißt du, ich gefällt mir vom Aufbau her. Doch es war kein Stich, der mich verletzte. Kann nur noch mir selber vertrauen. Auch Jack hört sich sehr clean an. Aber das ist nicht gerade das Beste. Jeden Tag werden die Sinne betäubt. Verlorene Seen von mir enttäuscht. Ich hab meinen Kopf weiter nach oben gerichtet. Und die Strophen wie Kanonen, Google in die Mikrofone. Auch der Titel, gespaltene Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob es ein Album oder eine EP ist. Sehr, sehr cool, man. Sehr cooler Schritt. Oh, also mit diesem Autotune drauf in den Adlibs oder in den Doubles jetzt hier. Das hört sich geil an. Ich finde auch, ich finde auch jetzt die Bridge geil, muss ich sagen. Vom Text auch einfach her. Sie sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber nur bei einem Willen gibt's ein winziges Problem. Wille ist es auch ein Weg. Doch beim Wille finden gibt's ein winziges Problem. Alles viel zu hoch, um für dich nicht zu verstehen. Denn du weißt nicht, was mein Inneres bewegt. Das ist schon episch. Doch es war kein Stich, der mich verletzte. Kann nur noch mir selber vertrauen. Aber das ist nicht gerade das Beste. In meinem Schädel alles down. Doch es war kein Stich, der mich verletzte. Geil. Kann nur noch mir selber vertrauen. Aber das ist nicht gerade das Beste. Ey, das war fresh, Mann. Das war ehrlich fresh. Kurz Samura-Anspielung noch hier. Sehr cooles Cover auch. Ey, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Wir werden uns auf jeden Fall, Album oder IP, whatever was es wird, uns ein bisschen was von anhören. Weil ey, das war erstmal sehr, sehr sauber abgemischt. Der Beat war cool. Und es bietet echt viele Möglichkeiten, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, geil, Digga. Hook war clean. Die Bridge hat mir sehr gut gefallen. Vom Textlichen her eben auch. Kam raus aus der Therapie. Und es war Zeit für die Maske. Irgendwie diese Zeile war geil. Nice, Mann. Hab ich Bock. Werden wir weiter hier abchecken, Freunde. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen wunderschönen Tag. Junge, es ist so warm hier drin. Wie viel Grad habt ihr bei euch? Reinschreiben. Wie viel Grad habt ihr bei euch? Ich sag's euch. Ich schätze, vom Feeling her, es sind hier drin wärmer natürlich. Aber ich sag, weil ey, diese Isolation hier in meinem Zimmer, ne? Junge. Die fickt. Die fickt alles. Ich sag, wir haben gerade draußen 16 Grad. Und wir haben 16 Grad. 16 Grad, Junge. Es sind tatsächlich 16 Grad gewesen. Okay. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, ja? Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.